Ja, frohe Weihnachten euch allen. Ihr seht, ihr seht da im Hintergrund, ich bin noch total voll gepumpt mit irgendwelchen Drogen aus dem Krankenhaus. Jetzt ist Heiligabend, Mittag und ich stehe hier vor der, was heißt das? Ja, vor dieser komischen Sporthalle da, Turnhalle, weißt du? Von dem Bärarbeiter-Club, da die Fußball, wo die Fußball üben und nicht können. Aber nichts desto trotz, ich wünsche euch alle frohe Weihnachten. Wir sehen uns nächstes Jahr. Toi, toi, toi.